Nee, Heinz, wieso muss ich mich denn jetzt, wieso müssen wir, musst du jetzt mit mir zanken hier? Der Siegfried, der hat sich doch ja nicht für mich interessiert und ihr klingelt mich hier nachts aus dem Bett? Nee, hau ab da! Ich will meine Ruhe haben, das geht dich ja alles an hier, wieso, wieso treibt ihr euch denn hier immer bei mir rum? Nee! Interessiert mich doch ja nicht mehr, der hat sich doch nie für mich interessiert. Nee, mach die Tür zu und geh mal! Du kannst hier nicht einfach rumtapsen bei mir, Heinz! Also, ich finde das also, nee, wird hier richtig übergangen? Nein! Also, weißt du, Heinz, ich finde das eine ziemliche Frechheit, was du dir hier rausnimmst. Und dann, wie wenn du an ihr sagst,けて ich mich interessiert, ist, warum du eigentlich nur so jokechen Die